Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Groß und Klein oder Dick und Doof oder It Takes Two. Ja, dazu sagen wir jetzt nichts mehr bei dieser Argumentation. Ich würde sagen, wir springen erstmal nach Blau rein. Ja, wir hätten auch einmal komplett durchlaufen können. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Komm mal her. Wo? Wo bist denn du? Ach da. Warte mal, die kann man wegnehmen. Was ist denn der Sinn und Zweck? Ja, da kannst du was einstellen. Wir müssen irgendwo Strom drauf bringen. Warte mal, der Roboter hat keine... Doch, der hat eine Batterie drin eigentlich. Aber warte mal, hier links ist nichts. Da können wir was hinstellen. Ja, da müssen wir Strom drauf bringen wahrscheinlich. Gar nicht, ne? Aber... Obwohl, ne, das ist auch wieder Blödsinn, ne? Da müssen wir dann... Wahrscheinlich ist das nur Fake oder so. Also ich werde mich da jetzt erstmal noch nicht mit... Glaube ich nicht, dass das Fake ist. Warte mal. Das hier ist auf jeden Fall für dich. Da musst du rein. Oha. Okay, hier kann man auf jeden Fall zwei Dinger machen. Was ist das? Da musst du wahrscheinlich dann was mitmachen hier, dass es da geht. Wo bist denn du jetzt? Ja, ich weiß nicht, wo du hingegangen bist. Ach, du bist da drüben. Warum? Immer muss man auf dich warten, ehrlich. Warum machen wir nicht erstmal die Batterie an? Weil wir uns nach und nach, Schritt für Schritt um die einzelnen Sachen kümmern. Jetzt geh doch endlich mal da rein. Ich will nicht klein sein. Willst du nicht ins Spiel? Nein. Klein sein ist doof. Bleib in den geordneten Bahnen. Du weißt, wer sich nicht an die Ordnung hält, der stirbt. Oh, oh, ich sterbe hier. Äh, wo muss ich hier? Was musst du... Achso, da durch. Okay. Ja, aber hier sind Flava-Dinger, Messer, Klingen... Ach, du musst das Ding wahrscheinlich rausholen, oder so. Ich hol mein Ding nicht raus. Das kannst du vergessen. Ja, es ist jetzt eh zu klein. Boah. Was denn so mini-klein, wie du gerade rumläufst? Ja, ja, komm, komm, komm. Die Frage ist, wenn du das Ding vielleicht in der Hand... Achso, das kannst du so machen. Aber erst, wenn du größer bist, oder? Oder geht das auch so? Nimm das Teil raus hier, sofort. Aua, geh weg von mir. Okay. Also müssen wir dann wohl bei jedem so viele hinstellen, nehme ich mal an. Ja, nicht den da hinstellen mehr. Doch, ich habe da einen weggenommen. Also stelle ich auch wieder einen hin. Finger weg. Ach, die ist doof. Das ist ja wohl logisch. Nee. So. Ich komme nicht mit. Ha! Brauchst du auch nicht. Hoffe ich zumindest. Vielleicht auch doch, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehe. Ich glaube, ich springe ins Nichts. Kann das sein? Okay, hier ist ein so ein Ding. Okay. Gut. Ach, die müssen wir bestimmt miteinander verbinden, oder? Ja, das ist dir echt jetzt schon aufgefallen. Ja, dass es links und rechts miteinander verbunden ist. Aber kriegen wir da so viele von? Natürlich. Deshalb solltest du ja da oben auch keine hinstellen, weil ich das ja schon verbunden habe mit dem unteren. Das ist aber nicht mit dem unteren verbunden. So. Okay. So, so weit geht es schon mal. Das ist schon mal gut. Kommst du da alleine quer? Ach, da bin ich mir noch nicht sicher. Doch, okay. Hier hinstellen. Hier, 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 hier hinstellen. Hier, mach dir mal. Ich guck schon mal beim nächsten. Wow, da wird mir echt schlecht von. Oh mein Gott. Was muss ich denn hier machen? Oder musst du vorher vielleicht irgendwas machen? Ich würde... Weil das Ding hier ist zu. Hier sind auch nochmal so Teile. Ach so, das ist die Rückseite davon. Das ist überall die Rückseite. Oder ist das das letzte, was wir eventuell holen können? Ja, aber da musst du wahrscheinlich ich da rein, oder? Ja, aber hier ist nichts, wo du rein kannst. Und hier habe ich überall nur die Rückseiten. Also das ist jetzt nichts, wo man irgendwie was mit anfangen kann. Hier oben, das ist für dich hier. Ich habe hier auf der Rückseite... Da ist was mit meinen Schuhen. Da muss man so hoch gehen. Ja, hier auch. Ach so, da muss ich... Ach, oder kann das... Nee, das kann nicht sein, dass du das drehen musst durch den Knopf am Ende. Ich komme erst mal wieder zurück. Also hier kann ich auf jeden Fall so erst mal nichts machen, nehme ich an. Guck mal mit der hinten hin. Bitte. Ich gehe erst mal zum nächsten hier. Hier hinter, genau. Das ist eine Wippe. Pass auf, ich muss aber mich klein machen und muss da oben rein in das kleine Ding hier. Guck mal, wenn ich jetzt hier drauf gebe, ich... Du musst auf die andere Seite wahrscheinlich. Ja, hatte? Aber warum musst du da in das kleine Ding rein? Ja, komm, mach mal. Geh mal drauf. Das andere... Du sollst nicht... Keine Übungen machen. Was für Übungen? Weil hier ein kleines Haus ist mit einer Rakete, die muss ich... Ja, aber was soll das? Das habe ich jetzt schon mehrfach gefragt. Da oben ist was. Also denke ich... Ach so, das ist ein Aufzug. Ach, warte mal, kommst du dann da aus, wo ich gerade war? Ich weiß es nicht. Warte mal. Ach, hier ist ein Teil. Warte. Mach dich mal größer. Eins habe ich. Ja, musst du einfach nur runterspringen. Ich weiß. Also du bist wunderbar da mit den Dingern. Aber du musst mich dann gleich nochmal nach hier oben schleudern, ne? Du sollst da kein Cha-Cha-Cha-Tanzen. Ich muss da schon mal die Verbindung herstellen. So. Wo bist du denn jetzt? Ja, wo bin ich wohl? Ist ja gut. Ich sag extra noch, du musst mich aber immer noch nach oben schießen. Wo bist du denn? Ja, aber das Problem ist ja, ich komme da nicht mehr hin. Ich komme da nicht mehr drauf. Oh, warte mal. Komme ich da drauf? Ja, wenn du normal groß bist, kommst du doch hoch. Ich komme aber nicht. Ich komme aber auch da. So bist du zu groß. Und jetzt musst du dich... Warte mal, ich muss mich wieder drehen. Jetzt muss ich groß machen. Okay. So, das habe ich. Wieso ist das Ding hier? Kann man eigentlich drauspringen? Ich würde es lieber nicht ausprobieren, glaube ich, ne? Guck mal, hier muss hier oben hin. Guck mal, wie weit es geht. Da musst du es abstellen. Ja, eins fehlt uns. Ja. Das ist das, wo ich war. Das Problem ist nur, wie kommst du mit da hin? Das ist unter uns. Da, in der Mitte. Da ist das drin. Ja, aber da kannst nur du hingehen. Das musst du machen alleine. Ich spring hier nochmal auf das Ding drauf. Ich will mal eben was wissen. Achso, warte mal. Ja, ich wusste es. Okay, ich gehe da nochmal eben hin. Okay, spring nochmal. Okay. Und nochmal? Ja, jetzt gehe ich weg. Juhu. War jetzt gar nicht so schwer, ne? So. Ach, nicht mal seine Arbeit kann der machen. Der Junge ist nur am rumspielen irgendwie. Einer von drei erledigt. Oh je. Und das im Weltall. Okay. Warte mal hier unten. Ne, die leuchten aber nur. Oder kannst du nichts machen? Okay. Das ist jetzt irgendein Sinn, dass ich hier oben bin? Also hier oben? Weiß ich nicht, was... Warte mal da. Die läuft schon wieder selbstständig hier. Auf deiner Seite ist auch noch einer. Wo? Ja, ganz oben. Äh, ich will da nicht hoch. Kommt man da hoch? Und danach müssen wir dann auf die andere Seite rüber. Äh, ich komme da so nicht hoch. Warte mal, wie hast du das so gemacht? Nein! Oh, ich bin tot. Mit ein bisschen Kniff habe ich das gemacht. Oh, Aua. Toll, sag der zu mir, der kriegt das nicht hin. Warte, 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 da oben ist noch was. Ja, ich weiß, dass da noch was ist. Da ist ein Joystick. Ja, bewegt mal. Warte mal, da kann ich irgendwas ziehen. Aber auf was kann ich ziehen? Nee, du sollst irgendwas empfangen oder so wahrscheinlich. Kannst du runter? Na, ich komme nach oben. Ah, warte mal, hier ist was. Warte. Was, an unseren Hüften oder was? Mhm. Das Buch hat die Schraube locker. Irgendwie ja. Okay, brauchen wir das jetzt nochmal? Nee, kann ich jetzt auch da runter? Ja, ich denke mal, ne? Also da hinten links, da müssen wir aber dann von dieser Seite aus irgendwie hoch. Aua. Oh, ich befürchte, dass du mich da hochschleudern musst. Weil ich das nämlich nicht hinkriege, so schwer da runter zu hauen. Nein! Denk dran, du kannst dich schieben, wenn du denkst, du schaffst es nicht. Ja, aber es ist zu spät, Gewinn zu schieben. Nee, du musst größer sein, weil so klein kriege ich das nicht hin. Ja, ist doch gut. Huh! Äh. Nee, aber ich muss dich so nicht holen, oder? Kann ich irgendwas anderes machen? Irgendwas drücken oder so? Nee, da musst du rein. Oder hätte ich, hätte ich da vielleicht so einen, so einen Stampfangriff oder sowas machen müssen, dass das nach unten geht? Nein. Nein, pass auf, hör mal zu. Du müsstest von da oben auf das Ding hier springen, damit du mich hochbringst. Aber ich mach mich ganz klein vielleicht, damit das auch geht. Aber dann kommst du da nicht so hoch gesprungen. Ja, von den Federn. Ja, komm, wir probieren es erstmal so. Äh, jetzt springen wir auf die, auf die andere Seite da. Nein, nicht da drauf. Auf das, unten auf das Brett. Aber nicht auf meine Seite, auf die andere. Ja, aber dann kriegst du mich doch nicht mehr hoch. Ja, aber ich dachte, ich muss hin. Ich muss es machen. Vielleicht muss, ist das der Weg, dass du mich erstmal... Das meinst du jetzt. Bist du da? Ja. Du musst auch springen dabei. Das hat ja super funktioniert. Du musst auch springen dabei. Ja, das hättest du machen sollen. Ja, aber das kann ich dann doch nicht, wenn ich da runtergehe. Das ist eine Luft nicht, ne? Ich glaub nicht. Also können wir mal probieren, aber... Ich denke wirklich eher, dass du dann... Oder ich muss ganz klein sein. Dass ich noch mal klein damit das überhaupt passt. Ja, aber das Ding... Ja. Boah, hier fast runtergefallen. Warte mal. Nee, 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 nee. Jetzt hol ich dich. Ich hol dich. Will das wer? Komm. Ja, so geht das doch. Natürlich geht das. Ja, weil das hab ich ja eben gemacht. Ach so, aber wir kommen beide nicht mehr hoch. Aber doch... Mach dich mal klein. Hau ab hier. Mach dich mal wieder richtig. Nein, ich mach mich nie richtig. Doch, sonst kannst du nämlich nicht mehr... Hier musst du was aufpassen. Die Dinger bewegen sich. Ich hänge mir Rütze. So. Irgendwas musst du machen? Oder kann ich hier direkt weiter? Ich kann hier, glaube ich, direkt weiter. Die Frage ist, muss ich weiter? Oder muss ich irgendwas für dich... Ach so, du musst da auch weiter. Okay. Okay. Nein. Oh, Mann. Okay, ich komm da nicht hin. Hä? Das versteh ich jetzt. Äh, wie soll ich da hinkommen? Ich komm da nicht hin. Ach, das ist doch ein Zwei. Bleib mal dranhängen. Und jetzt... Spring. Warte, beim nächsten Mal. Warte, ich muss zuerst. Ich muss zuerst. Stimmt. Ja, jetzt kannst du auch... Jetzt musst du wieder zuerst sehen. Da hast du recht. Du musst zuerst. Jetzt können wir beide... Nein, du hast mich runtergeworfen. Oh, ich hätte... Wie springst du da nicht? Mann, ich hätte zuerst gemusst, weil du hast... Auch jetzt sag mir nicht... Ja, da hinten komm ich jetzt nicht mehr hin. Ja, toll. Ah, ne, die sind aber offen. Guck mal, die sind jetzt offen. Da kannst du dran. Ach so. Das ist aber blöd gemacht. Ich mein, gut, wenigstens sind sie offen, ne? Dann kommst du auch hier auf die Seite. Ja, du sagst noch, dann springen wir zusammen. Ich springe ab und du bleibst... Oh, komm, ey. Mann, ey. So, ich kann entweder da runter. Das wollen wir wahrscheinlich nicht. Oder ich kann drüber und springen. Nein! Okay, du musst Schub nehmen, wenn du da drüber springst. Äh, wie? Ja, beim ersten Mal kommst du dran und dann holst du kurz aus und da musst du Doppelsprung und Schub am Ende, damit du dran kommst. Ich komm da nicht rein. Du bist zu fett. Boah. Collaboration. Yeah. Ja. 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 Ich will jetzt aber nicht noch eine Runde jetzt machen hier. Ich mein, das ist lustig, keine Frage, aber ich will ja auch mal was anderes haben. Wie willst du was anderes haben? Ja, ich will ja jetzt nicht nur noch in diesen Dingern hier drin hängen, ne? Da kommt wahrscheinlich gleich der Endboss, der wir sind, aber in ihrem Zimmer. Das ist ihre Party. Oh Gott, was kannst du denn da machen, was mich dann kaputt macht? Ach, du musst mich steuern wahrscheinlich. Na toll. Ach, jetzt? Na, danke schön. Du bist da drinnen, oder wie? Ja, lass los. Ja, du musst das Danger machen. Was ist da drauf? Keine Ahnung. Ja, du hast gesagt, ich soll da drauf. Das ist doch Blödsinn. Ich muss dich doch da drüber dann schieben, oder nicht? Ja, du musst da hinter irgendwie... Oder muss ich dich auf die Dinger schieben? Ja, danke. Nee. Ich müsste dich ja eigentlich da drüber hebeln, aber ich kann nicht... Oder... Nee. Ach, Wände... Ach so... Nee, ne? Du musst die Typen da abschießen oder durchschießen. Na, egal. Guck mal. Hä? Was muss ich da machen dann? Also, ich konnte irgendwas lenken zwar, aber ich konnte nicht... Ach, dann ist es doch... Okay. Nee, nee, okay. Wir haben es schon richtig gemacht, aber ich wusste nicht, dass ich die Wand wegmachen konnte. Du musst doch hinten die Wand auch wegmachen. Mach wieder weg! Mach mal mit der Ruhe. Mach doch mal weg! Die kann ich nicht wegmachen. Ich treffe die Mitte! Ja. Ach, ich bin eingelocht. Aua. Und wer hat es sich angefühlt, Schatz? Geil. Also, er sagt schmerzhaft. Okay. Wer ist für dich da? Was hat das hier mit dem... Soll ich da rüberspringen? Da ist ein Regenschirm. Ach, die brauchen wir einen Regenschirm. Ja, aber das schaffe ich doch nicht, da rüber zu springen. Naja, das ist aber irgendwie... Oder wir müssen die Regenschirme vorher aktivieren, dass die hochfliegen oder so. Warte mal, kann man das nehmen? Denn nehmen kann man die auch nicht. Reinspringen bringt mir auch nichts. Ja, weil irgendwas... Ach, da oben liegt einer. Warte mal. Hattest du der hier, ne? Der rote. Oh, oh. Hier, warte mal. Irgendwas kann ich hier machen, aber ich weiß nicht, was... Ja, aber was soll das, wenn ich sowieso... Warte mal, warte mal stehen. Aber wohin? Da hoch. Kannst du da hoch gehen? Geh mal da hoch. Kannst du da hoch gehen? Nee, kann ich nicht. Du musst mich wahrscheinlich dann abschießen oder so. Oder du musst wirklich von... Sind da noch andere? Also mehr... Das ist der Radius. Also so rum? Hinter dir kannst du dich komplett... Kann ich nicht. Komm ich 90 Grad. Das ist der Radius, den ich gerade mache. Egal, was ich drücke. Aber ich kann dich auch nicht abschießen. Ich kann es doch abbrechen. Ich komme hier auch nicht raus. Wenn ich rausgehe, kommst du. Ja, oder du hättest mich damit einfach ziehen können oder so, aber... Das ist ja Blödsinn. Du hast es ja hier schon runtergeworfen. Ach, ja, aber du bist ja schon da. Ach so. Ja. Vielleicht wirklich, dass das so gedacht ist. Geh nochmal da runter zu diesem Ding da. Wo ist der Regenschirm? Ah, warte mal. Nein, ich glaube, ich weiß. Da ich mich nicht bewegen kann, du musst mich nach da oben hinbringen. Huh! Das ist jetzt gemacht. Bloß nicht da... Ja, die... Guck mal, wie sich das immer dreht, ja? Du musst mich zu dem anderen da hinten hinbringen. Also für mich hinten... Äh, loslassen? Äh, warte. Okay. Das ist ja irgendwie die... Interessant. Bisschen tricky, ne? Die Frage ist jetzt, was müssen wir jetzt hier machen? Also das ist gefährlich. Da kann man nicht hochgehen. Ach so. Ich kann hier nicht hochgehen. Du kannst hier hochgehen. Hä? Ja, aber jetzt bist du wieder bei mir. Was hast du davon jetzt? Oh, ich sehe nichts. Ähm... Da hinten ist der... Da kann man runter, da ist ein Schalter. So, die Frage ist jetzt, kann ich hier hochgehen? Ach, nun mach mal den Schalter aus. Du musst diese Laser da oben aus, damit ich hier auch hoch kann. Hier, diese Dinger da, die kannst du mit dem Schalter bestimmt ausmachen. Ne, das ist doch... Ne, das ist doch endlich ja. Ne, das ist ja der Roboter. Nein, das ist ja nur der Roboter. Das kannst du nicht damit ausschalten. Nein. Ich dachte, du hast anderen Schalter gemeint. Da muss... Aber hier oben ist auch so ein... Hier oben ist so ein runder Kreis. Habe ich eben auch schon gedacht. Hä? Jetzt ist es aber aus. Warte mal. Ja, natürlich, weil ich hier drauf stehe. Warte mal. Nicht... Lass mal aus. So, kannst du wieder anmachen? Okay. Kommst du da jetzt auch hin? Ja. Aber... Achso, du musst darüber. Ah, okay. Oh, nun... Geh doch mal da rein hier, ey. The battery is put in. Empty, wollte ich gerade sagen. Empty, ja, das auch. Boah, noch eine, ne? Wir haben jetzt erst zwei durch, oder? M-mh. Wir haben drei. Ah, ne, ist nicht offen. Okay. Okay. Ich wusste, dass jetzt noch ein Ed-Gegner kommt. Ja, das ist klar. Die Frage ist, kommen wir da jetzt hoch? Ja. Äh, falsche Töste. Meinst du, das war gut? Das war auf jeden Fall falsch. Warte mal, vielleicht muss ich das machen. Warte mal eben. Ah, warte, warte, warte. Achso, wenn ich aber da weggehe... Das ist schlecht. Warte mal, hier hinten ist irgendwas. Da ist eine Batterie drin. Ne, da fehlt einer, oder? Ne, die... Achso, warte mal, ich muss mit dem kleinen... Warte mal, stopp, stopp, stopp. Ich weiß, was ich machen muss. Ja, aber kommst du da hoch? Achso, springen, ja. Ja, ja, ich muss springen. Achso, ich kann die aber nur halten. Achso, wenn ich loslasse, dann... Hä? Ja, guck mal, machen wir jetzt die Dinger. Ne, doch, da kommt doch der Strom drauf. Und jetzt mal den Knopf. Nicht den. Ja, was denn für ein Knopf? In der Mitte, in der Mitte, nicht da bei mir. Ja, aber dann dreht sich das Ding doch wieder. Ach, da hinten, stopp, stopp, ja, ja, lasst den mal. Ja, Moment, die müssen wir jetzt wieder richtig machen. Ja, aber da hinten, der eine ist ja nicht richtig. Den kann ich nicht machen, meine Dinger. Nein, da hinten, da in der Ecke musst du machen. Geh mal in die Ecke, bitte. Ja, den kann ich doch nicht. Den musst du erst drehen, bevor ich das machen kann. Ich dachte, du kannst das da mitmachen. Wofür sind die Knöpfe? Nein, ich weiß nicht, wofür die Batterie jetzt da ist. Ich muss das sperren. Nein. Verstehst du das nicht? Ja, doch. Und dann musst du auf den Knopf drücken, damit das hinten richtig ist. Vielleicht musst du danach die Batterie erst reinsetzen. Das funktioniert ja nicht. Mach mal, bitte. Geh mal da raus. Weil alles andere ist unlogisch. Du musst das Ding, du musst dir jetzt einmal, glaube ich, noch drauf springen. Nicht da. Einmal springen. So, jetzt gehen wir mal zur Batterie. Da werde ich wahrscheinlich dann gleich drauf... Was machst du denn jetzt? Ich gucke was. Ich denke mal, dass das nur geht, wenn die Batterie, wie gesagt, aktiviert ist. Ja, sag ich ja. Aber warte mal, das eine ist jetzt auch rum. Bleib mal so. Nein, ich muss hier drauf drücken. Du musst die Batterie reinhalten. Aber du musst sie halten. Denk dran. Ja, sicher muss ich sie halten. Na, ich... Oh. Oh, wow. Wow. Okay, so, uh, this is creepy. No, look. He's tracking her well-being. Yeah, yeah, still super creepy. Hey, what does this do? What? No, that can't be right. I mean, she laughs at least a few times every day. We have been arguing a lot recently. Yeah, okay, but... What about her, uh, her worry, huh? What? No, that can't be right. Nah, nah, I'm sorry. This is this space monkey toy thing. He doesn't know what he's talking about, okay? Let's just get out of this, this creepy place. Hey, hey, how about, uh, how about maybe we can, uh, beam ourselves back to Rose from here? No, careful! Yeah, boom! It's working! It doesn't sound like it! Traitors of evil, prepare to die! Alright. Vielen Dank.